hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video von eurer alphawölfin heute befinden wir uns in einem haus was aktuell jetzt für 14 tage im angebot ist ich gehe mal eben auf den kronen shop drauf häuser häuser nein nicht häuser schaukasten und zwar für 14 tage ab heute ab 14.000 kronen plus also sprich unmöbliert ist es für 14.000 kronen zu haben und zwar ist das schemenheim mit seinen sollen aus schädeln bund glas fenstern und geisterhaften portalen kann dieser hort selbst die gequälteste seele beheimaten nutzt die weitläufige anlage für groß angelegte rituale und die gewölbe und freien balkone für boshafte experimente so ich zeige euch noch ganz schnell auf der karte wo das ganze ist also so sieht die erste karte hier schon mal aus oder alles ich weiß das nicht ich glaube das ist die komplette übersicht ich war auch noch nie drin muss ich dazu sagen und zwar ist das haus hier in kluftspitze hier unten in der nähe von krypta der herzen 1 zu finden und ja wie es hier drin aussieht und was wir hier alles so finden können bzw ich schaue mal eben nach das ist jetzt im moment unmöbliert wir schauen uns natürlich die möblierte vorschau an das kostet dann 17.500 kronen insgesamt sieht aber natürlich schon ganz anders aus dann sage ich mal viel spaß mit dem video und wir hören uns vielleicht gleich noch mal so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.